Arne Stierwin, Ihr Podcast von der ASDM. Willkommen bei Arne Stierwin, im Podcast von ASDM. Und nun habe ich mit dem Klimabündnis Lützebüch an Radio ARA. Mein Name ist Sédig Reichel. Wir sehen uns schon am Ende des Jahres, am Ende Dezember, und ich freue mich für euch. Für heute sprechen wir von Dietmar Mirkes über Klimaaktivismus, bis nach der Perspektive von der letzten Ressourie war. Er ist schon ganz lange aktiv, aber kann da ein Bildtreffer gehen. Dann können wir eine kleine Agenda an Müller. Man hat bei mir im Studio begrüßt, dass du Dietmar Mirkes. Moin, Dietmar. Moin, Moin. Dietmar, du bist zentralisch wie die russischen Jungen praktisch am Klimaaktivismus aktiv, richtig? Ja, ich fehle mich zwar noch nicht ganz so ahl, als ich noch nehme in 22 Jahren, aber die Richtung stimmt. Und du bist eigentlich aus der Eiffel-Geschenkünste, und du bist gesteuert als Geograf? Ja, das ist richtig. Ich komme direkt von der Grenze, das Kerberich. Das lädt oben zwei Kilometer vor Feiern. Genau, genau. Und die letzten 22 Jahre hast du noch für das Term geschafft. Und was verantwortlichst du zur Koordination vom Klimabündnis für das Term? Ja, also für am Klimabündnis, für die Nord-Süd-Aktivitäten. Genau. Gibt es dich da noch als Klimaaktivist bezeichnen, die Werte? Ja, ich finde, also man muss gucken, was ist die Definition von Aktivist? Also haut es dazu, dass man als Aktivisten eigentlich nicht mehr leid, ob der Straße, ob eine Demo oder die Bagger besetzen, also die körperlich aktiver machen. Das habe ich früher auch gemacht. Also ich war in Deutschland an der Häuserbewegung, ich war sehr aktiv an der Friedensbewegung, wir haben Märsche organisiert, Demos organisiert, Besetzungen etc. und da geht man halt ein bisschen mehr gemütlich mit der Zeit und da noch an Naturzentren geschafft für Bildungsobjekt, Bildung bei der Wursen und für Gewerkschaften an der Bälscht und halt auch immer mehr geschrieben. Und ich sehe mich aber auch haut als Aktivist, weil das, was wir machen, ist eben nicht mehr auf die Straße gehen, das haben wir auch gemacht, machen wir immer noch, zusammen am Kader vor Wurte und Klima oder mit Fridays for Future, der Technik für Climate und Gewerkschaften, aber das ist auch ein großer Teil von der Aktivität als Analyse von der Politik und Lobbygespräche und Artikel schreiben. Du hast bestimmt, Herr, in der letzten Monat hattest du eben zwei jungen Aktivisten von News for Climate im Studio und nun eben mit denen sozusagen die jungen Klimaaktivismus geschwört. Wie kannst du dich daran erinnern, wo das 2019 angefangen hat, wie war deine echte Reaktion und wie gibst du auch vielleicht die ganzen jungen Bewegungen, also News for Climate, Fridays for Future, am Vergleich mit den echten aktivistischen Bewegungen, Klimaprotester, die du kennengelernt hast, vergleichen? War das ein Unterschied, oder war das sozusagen auch der Poif von den neuen Bewegungen? Also ich war ganz happy. Ich habe gesehen, die neue Generation, die machen das, was wir früher gemacht haben. Und in der Welt ist das Klimathema dominant. Und zu Friedensbewegungszeiten habe ich genau das nämlich gemacht. Und ich habe auch als Koordinator vom Klimabündnis, Oberplinier, der Gemenge gesagt, guckt, das ist neue Generation, das sind Nachfolger, guckt, da der Kontakt zu denen an ihrer Gemengt gerät, versucht sie zu integrieren, ohne sie zu manipulieren oder zu vereinnahmen. Also ist sie richtig happy über die Bewegung. Das ist ja so, dass, wenn man sich die bierische Bewegung am 20. Jahrhundert anguckt, wenn man mal das erste Proteste, dann haben die sich ja meistens irgendwann institutionalisiert. Das leitet noch mich an, und du könntest ja auch wissen, die Sprache, dass die Aktivisten von Haut sind Spießer von Moa, das ist ja auch deutsch. Aber wie weit kannst du da doch nur für die heutige Generation fürstellen, dass du das Gefühl hast, dass das ein anderer Aktivismus? Also man kann nicht so etwas Moa aus, ganz generell. Kein Mensch hat geklebt, dass die Berliner Mauer am Moa fällt. Also sind ich mit Vergleichen sehr vielsichtig und noch mit Blick in die Zukunft. Jede Bewegung ist eine Ehebewegung. Wir werden hier Ehegeschichte schreiben, im Vergleich mit den 68, wo ich aufhinken soll, das trinkt nicht eine Menge in den Augen. Sondern man muss halt gucken, wo sind die Dieren, die durch die See gehen können, ein Fluss gehen können. Natürlich muss das Gespräch mit der Politik gehen, es muss institutionell arbeiten gehen. Aber was für Gewicht, was für ein Prozentsatz von der Aktivität hat, das wird Zukunft sein. Lo, sind Fridays for Future Proteste extrem ausgebremst von der Corona-Pandemie. Aber wie wird gesagt, du das als eine Chance für die Proteste? Wie geht den noch weiter mit der Pandemie? Oder war wirklich ein Rückschritt so? Eigentlich wird extrem Dynamik an die Dynamik aufgebremst gehen. Das war wichtig, für überhaupt an die Öffentlichkeit zu kommen, das auf der Straße. Das passiert das. Die Straße ist nach wie vor das stärkste Instrument für Bewegungen. Das hat radikal ausgebremst. Das hat auch viele Regierungen ganz gut an die Krum gepasst. Aber sie hat Führung gemacht. Sie war letztens bei dir und erzählt, dass sie intern digital ganz viel gemacht hat. Aber Press reagiert nicht auf Kruse Events und Emotionen. Und eine Zoom-Präsentation hat nur das Gehendell von Emotionen. Und das hat verschwunden. Ich persönlich denke, dass sehr gestärkt rauskommen. Aber natürlich war es scheiße, dass das aufgewirscht war. Das nicht gut. Ein Viertel war doch die Emissionen aufgewirscht geworden. Vielleicht an der Balance erkläre ich. Ich kann von aus sehr gestärkt rauskommen. Vor allen Dingen inhaltlich gestärkt. Weil sie Zeit hat, sich zu positionieren und sich neu zu strukturieren. Das hat sie so tun. Ja. Du warst schon ein Riefer bei Press. Im November hat eigentlich den COP26 als Welt Klimakonferenz zu Glasgow stattfanden. Die ist ziemlich früh schon aufgesucht. Denkst du, dass die Konferenz nach Zeit gemäß ist? Das ist der große Verlosch, das so aufgesucht ging. Sie werden wahrscheinlich nächstes Jahr um die selbe Zeit stattfanden. Sind so Konferenzen nach Zeit gemäß oder sind das groß 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 versammlungen von vielen wichtigen politikern Veranstaltungen 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 kannst du raguen du darfst aber nichts zuhren du kannst lauschen es gibt auch Veranstaltungen du darfst eine Person das wichtigste ist die Kulua also die Kontakte die man hat die internen Gespräche die man fährt vier wichtige Sitzungen wo man dann in diesem Fall hat der Vertreter bestimmt den durchschwärts an den Standpunkt erläutert also man hat klaren Spielräume und ich denke in jedem Spielraum den man hat soll man nutzen aber ohne dass man sich Illusionen möchte wird das ganz das mir wird hier statt auch kein Alternativ zu Kopp das zu geplant gehen also eine Konferenz zur München oder da wo es stattfand oder sind nicht so weit verurscht oder online stattfand was sieht das Bedeutung für Politiker von der Klimakrise aus dass das dann einfach gesagt okay wann das ist ja ich fand das insgesamt traurig aber ich denke also ich habe ganz viele Kontakte auf Klimakonferenzen gemacht ich bin die gegangen für bedeutend Ministerpräsidenten zuzulauscht auch wenn sie irgendeine Person ich bin gegangen ich zum Beispiel die 50. Geburtstag zu Nietan Rhein gespart die habe ich auf so Konferenz getroffen du hast den Kontakt entstanden und du seht mal ganz viel auch auf den Parallel Konferenzen da gibt es ja immer Alternativ Konferenzen dazu da vernetze mich an an globalen zivilgesellschaft ich sehe die in dem Aspekt sehr wichtig und das ist eine ganz Sache wenn du mal persönlich geschwärt hast wenn du 10 Minuten waren an dann warst am E-Mail Kontakt oder am Zoom Kontakt wie man den Menschen überhaupt nicht kennt an das die große vier der Konferenzen und natürlich gehen da Beschlüsse gefasst wie Paris Agreement und das muss auch sein auch wenn ich mir insgesamt keine Illusionen über den Betrieb machen die geht viel zu los die können nicht die Wissenschaft haben her und Wissenschaft können nicht die Fakten her da ist ja Menschen haben sich gestrengt aber gut gewollt ist noch nicht gut gemacht Ja also ein entscheidender Punkt am Paris Agreement war dass alle fünf Jahre global stock take gemacht geht das ist eine Bestandsaufnahme wo die Emissionen weil die große schwächt vom Paris Agreement ist dass jeder macht was die will was ist realistisch und die Entwicklungsländer genauso an Verantwortung zurückgehen wie die Industrieländer obwohl die Industrieländer den Himmel voll machen so die zwei Schwäche besägt aber die global Bestandsaufnahme wo stimmen mit den nationalen contributions also mit den jährlichen nationalen Emissionsberichten der Jitland und UNFCC und UN-Klimasekretariat checken was geht an der Somm es geht für zwei Jahre schon über einen Gap der ist gewaltig also die Lücke zwischen dem was muss und die Somm von dem was die Einzelstaaten zustand bringen und das muss viel klarer ob und zwar am Frühjahr so dass zu Glasgow herrscht viel schärfe Entscheidungen können getroffen gehen Wir sehen das im Endeffekt Juga praktisch aber wir werden davon auszugehen dass CO2 Bilanz 2020 für die Milchindustrielle Städte gemacht wird wir sind in 2019 und wir rechnen die Ziele die wir in der Zeit tun wie du müsst auch Medien haben du ausgesehen für eine Relation zu setzen zur Realität und dass nicht leid zu schlöfen die nicht dafür gemacht tun für das CO2 Bilanz wirklich sinkt Ich denke mal hier bei Lützebüch und die Emissionen in Lützebüch steigen Wir haben 19 Emissionen wie 18 und 18 wie 17 geraten Das ist ein Drama Das ist ein Scheitern von Klimapolitik Man erreicht Klimaziele nicht allein dadurch dass man ein Unfall von erneuerbaren Energien erhält Da besteht kein direkter kausalen Zusammenhang damit Emissionen rauf gehen Das ist ein Märchen und die Presse in Lützebüch schenkt das nicht zur Kenntnis geholt zu gehen Also zumindest mir ist nicht abgefallen ernst ich gelesen wie kann das sein dass mir ist anstatt rauf zu gehen Europ bewählen Wir sind das Land an Europa mit den höchsten Emissionen schon gewesen pro Krab aber haben wir auch noch die höchsten Steigerungen Wo fährt das hin Ich erwarte von der Presse eine ganz kritische von der Klimapolitik von Lützebüch Das ist eigentlich die Voraussetzung dafür dass man dann richtig den richtigen Blick hat ob was an Glasgow mit passiert Als 2020 aus der Sicht für Lützebüch verlorend Jahr am Bezug zum Klimawandel Ja Dann schluss nächstes zu Zusehen Okay Du gehst ganz klar so in das nächstes wichtiges geschieht Sie können Schanere gedreht gehen in die richtige Richtung gegangen Für mich ist den Dreh- und Angelpunkt das Budget am Himmel das CO2 Budget am Himmel Und wenn wir das überschreiten und das ist der Fall wenn Länder so wie Lützebüch reagieren dass wir Emissionen drauf schicken Da können wir nur 100% erneuerbare Energie haben Das nutzt ja alles gar nicht Das ist Der Dreh- und Angelpunkt sind die Emissionen Und solange wie das auch nicht den dringenden Angelpunkt an der Presseberichterstattung hat sondern das nicht mehr Verlautbarung besser gemacht solange mir es wesentlich angenehmer war wie mir objektiv durchstehen wie andere ist gesehen Das könnte CO2 CO2-Steuer höchstwahrscheinlich Das wäre ein Lützner von Leicester Mainz und das durchaus von verschiedenen Verbänden von der Zivilgesellschaft kritisch begleitet gehen Ich denke MoVeco Greenpeace Klima An den Medien haben zu wenig gelesen Wie müssen die Argumentäre sagen dass die CO2-Steuer so wie sie geplant ist dass die Neustwerte ändern und den Ausgaben wie du siehst Also es wird wahrscheinlich auf der EU-Ebene eine Entscheidung kommen dass bis 2030 die Emissionen um 55% reduziert gehen Für Lütze Buur Staatsstaat das bis um 65% ist Was viel Krimp ist immer bei 55% und politische Akzeptanz Das Ziel oder die Hecht von CO2-Steuer muss sich darüber messen ob sie das richtig Mittel ist für das Reduktionsziel zu erreichen Das ist so wie am Moment ist es viel zu wenig so werden wir das Ziel nicht erreichen aber die Debatte muss vorgehen wenn wir eine Aufgabenverteilung innerhalb von der EU minus 60 oder minus 65 Prozent erreichen müssen an ungefähr zwei Drittel durch den Verkehr und durch den Tanktourismus von LKWs erreicht dann muss die Frau sehen wie können wir das verhindern wie können wir reduzieren weil sonst kommen wir nicht dahin und groß froh ist wie die CO2 Emissionen eigentlich berechnen können und ich meine das ist teilweise auch in Deutschland von großen Debatten und ich kann mal ein bisschen an Extrem in Lützebüch ist auch ein von den Ländern wo die nicht wenig fliehen die aber so dass die Emissionen vom Flughafen also von den Flieger eigentlich nicht mit an die national CO2 Ausstiegs Das ist ganz populistisch so dass CO2 Ausstiegs zu Lützebüch sinken wir sind ein von Leuten permanent von Metz auf Esch fliehen los und von Esch in Staat das gibt mehr billig an CO2 Bilanz wie zu probieren irgendwie dass Leute auf Schengen oder dass Leute mit Btb oder was auch an Zukunft fuhren wie können du die Leute erklären dass auch das CO2 Budget nicht das Moos aus den hat in international vereinbart rechnungsweise dass das wo es verkauft geht gerechnet und das System kann man nicht kippen und auch nicht durch Tricksereien wie das ist das ist nicht realistisch es gibt ja Dax gesagt das ist nicht richtig dass mir das ungerechnet kreie was dann auch nicht vor geht die Berechnung mit auch nicht das sind die mit das verbraucht geht das soll nicht bravo machen das weil da käme mir an Situation da kennt die ganze Litsuboyer Footprint an Spiel alles was wir konsumieren und es gibt Schätzungen dazu über die Schwarz Emission oder Gro Emission also weil nicht Herkunft sondern Verbrauchsort geht da liege mir ungefähr dreimal so hin durch diesen immensen imperialen Lebensstil den wir haben weil da alles daraus geht Ich möchte jetzt zu befassen du siehst dass den Diesel für Lkw in Zulitz getanket dürfen als Eis CO2 Emission Ja Wo geht der Kerosin sozusagen wem geht den U gerechnet Im Moment geht er gar nicht gerechnet das ist noch nicht Bestandteil von den internationalen Verhandlungen von daher kann ich da auch keine Antwort drauf geben Da ich habe Halt ist das wichtig ist mit denen zu schwätzen oder denen nach immer die offensiv sehen dass der Klimawandel real ist oder siehst du dass das nicht wichtig ist dass nicht mich mal zugelegen, das Wetter aus den Nähen zu setzen. Ich weiß, meine Zeit besser zu verwenden. Zum Schluss von dem Interview stellen ich immer die zwei selbst froh an. Vielleicht weißt du sie schon, im Sicherbehaltung an, an die Echtfrau, was immer, was willst du für eine Führer nicht, du musst nur klären. Da passt es vielleicht auch ganz gut an, die lässt es froh. Da es eine massive Klimakrise gibt, das muss gewusst sein und gespürt sein. Das wird gespürt sein. Du meinst, du hast es gespürt oder ist es doch schon bewusst eigentlich? Es ist eigentlich ein paar Dinge von der Bevölkerung, als das Bewusstsein dort, weil wir eben die Änderungen auch heiß sind. Und von daher denke ich nicht, dass es dann unnötig noch viel darüber zu diskutieren, sondern eher zu diskutieren, wie sind die Einzelunde, was muss man da reduzieren. Was mir ganz wichtig gefallen hat, ist, dass mir diesen imperialen Lebensstil ändern, ohne den barbarischen Ressourcenverbrauch, den wir haben, die ganzen Krümpel, die wir am Haushalt tun, die wir mal hier rumschläfen, weil wir das nicht drastisch reduzieren, also auch das Akkaufsverhalten, dann geben wir diesem einen Undellungverantwortung nicht gerecht. Am Anfang von der Corona-Pandemie wird ja ein Zitat von der Fridays-for-Future-Bewegung viel Schlagzeile gemacht, und das war das, we shouldn't go back to normal, because normal was a crisis. Gibt es dir denen dann doch Zustimmen? Ja. Und die allerleiste Frau ist, mir war ja nun gleich den Tram an. Den Tram fährt bis auf gar. Der Stell dafür, den Minister Bausch gibt ja so einen Dithema, du darfst für eine Woche den Tram beschriften, mit einem großen Pankart. Was gibt du da abstehen? Ich beglückwünsche die Regierung dort so, dass sie den Tanktourismus auf null reduziert hat. Dietmar, ich so, merci. Gerne geschehen. Wir sind noch schon bald am Schluss von einem Schläufer für den Mont Dezember. Wir lassen uns aber nicht gehen ohne ein paar Agenda-Tipps für diesen Mont. Und du hast bei meinem Studio natürlich wie allen Mont, dann Müller vom City. Moin an. Moin, Cedric. Maia, den Dezember, dass du das ein bisschen ähnest, mich ist dir sicher, du hast eine interessante Idee für uns, oder? Jo, definitiv. Und da gibt es etwas für Dabanen und Dabausen. Und wir fangen mit Dabausen an. Und zwar kann die Natur und Umwelt Dubai unterstützen, ob der Schlammwies zu Munzbach den Bisch zu kürzen. Und das kann ich den 5.12. am 26. Dezember machen. Also gut, das wird dich durchdacht. Ganz genau. Zu Münzbach, siehst du? Jo, ganz genau. Okay, also das sind Aktivitäten, die du baust, du gehst ein bisschen aktiv, du verlierst ein bisschen pro Kalorier in dir vielleicht. Ich hole ein Un, ja. Und da kann man sich ummelden, ob der City vom Natur und Umwelt, naturomwelt.lu. Und da kriegt man dann noch mehr Informationen, ob falls die ganze Sache wegen dem Covid nicht kann stattfangen. Für den Moment, das hat aber viel gesehen. Und du siehst schon, schlägt für den Schlammwies zu den zweiten Tipp, also ich glaube, es ist digital, oder? Ganz genau, ja. So, da hast du ja aller Mut für den Moment. Und da kann ich am 10.12. in einer digitalen Konferenz folgen. Und zwar hast du organisiert von den Transition Days. Und du siehst, Basic Income as an Instrument for Transition. Jo, wie das so schön heißt, geht es da ums bedingungslose Grundeinkommen. Und du hast den Steven Strehl, du, da hast den Direktor von der deutschen Organisation mein Grundeinkommen. Klingt interessant. Okay, also muss ich ummelden. Ganz genau, du auch wieder auf der Website, noch in Kerk gucken. Da ist das Transition Days.lu. Hallo, wünsche ich mir noch etwas von der, ein bisschen mehr, etwas, wo Ihnen an sich her geht, wo Ihnen Zeit für sich wird, nur zu denken, ganz lange wird kürzlich. Du hast Chance, und da finde ich noch etwas dabei. Und zwar ist das Year Compass, da das Umfang von einer Gruppe von Ungarisch Studenten organisiert. Und da ist das so ein kleines Agenda. Und da kann ich, wie du schon gesagt hast, Zeit holen, Tischen, den Juren. Und noch in Kerk zurückblicken, ab 2020, mir auch dann in Kerk schon seine Motivationen und seine Pläne für das nächste Jahr niederschreiben. Okay, also da ist jetzt so ein PDF, den Ruflöp, und du bist so froh, die in Ausfällen sich Gedanken möchten, was das jetzt geschieht, aber was will ich nächstes Jahr machen. Ja, das ist es. Und was hat denn Sprache gehört? Es gibt vier Sprachen, muss ich sagen. Kann er sich dann in seine Lieblingssprache raussuchen, auf der Website, yearcompass.com. Year Compass, also wie you are auf Englisch. Ganz genau. Genau, genau. Und es geht aber bestimmt nicht dazu bei euch. Nein, noch nicht. Vielleicht kann ich da lehfruhen. Warten wir mal, was wir nächstes Jahr für zu machen, oder? Ganz genau. Und ich wünsche euch eine gute Rutsch und wir sehen uns nächstes Jahr. Ganz genau. Wünsche ich dir auch. Ade. Das war es für diesen Moment für mich. Eine Schleife wird produziert von ASTM und zusammenarbeitet mit Radio ARA an dem Klimawittnis Mitzelbrich. Ihr kennt ihr aktuell voll auch immer auf der Website von Radio ARA lauscht drin an Rohflöten. Ihr findet euch auch auf Spotify und andere gängige Podcatcherinnen. Und ihr löst also gerne eine Bewertung. ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an ASTM.lou. Vor und an Kommentaren zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne hinschellen und podcast at ASTM.lou. Mein Nummer ist Cedic Reichel. Merci für den Ullaustren und bis zum nächsten Jahr. Und denkt drunter Think Global, Act Local. Think Global, Act Local. Strike Global, ช inverted Think Global, Untertitelung des ZDF, 2020